Hollerö zusammen! Dieses Mal spiele ich Megaman Soccer für das SNES. Ein Spiel, das es leider nicht nach Europa geschafft hat. Anders als im September 2017 im Rahmen meines Megaman-Marathons spiele ich das Spiel dieses Mal nicht alleine gegen den Kom, sondern gegen Lyra. Gehen wir jetzt mal die Option. Übrigens, was ich vor ein paar Tagen auf Wikipedia gelesen habe, einen super Schuss macht man, wenn man die R-Taste gleichzeitig gedrückt hält wohl, beim Schießen. Und da stimmt auch was, das hab ich schon wieder vergessen. Gut. Okay, schön. So, du schließt auf B, du passt auf Y und du clearest mit A. Du hast auch mal clearen, aber okay. Wahrscheinlich den Ball abnehmen, ne? Möchtest du den Keeper selbst steuern? Nein. Gut. Ich vertraue meinem computergesteuerten Keeper. Ah, das ist die erste, was du vorhin nicht mehr erwähnt hast. Wie soll's drauf kommen ohne Anleitung dann wahrscheinlich, ne? Schweinerei. Ja, also wie gesagt, hier ist noch apostroph S mit dran. Das Spiel selbst ist ohne das S eigentlich der Titel und warum auch hier wieder Megaman als ein Wort steht, ist nur auch wieder ein Rätsel. Ja, ich würd's immer, ne, schreib's zusammen, ich schreib's auseinander. Ich schreib's auch meist auseinander. Ganz eigenartig. Obwohl ich jetzt mal verwirrt bin. Ist das eine Exhibition zu zweit oder was ist das, ne? Ja, auch. Ähm, erst mal zusammen oder erst mal ineinander? Lass uns jetzt gegeneinander zum Reinkommen und dann pläten wir den Kommen in einer gemeinsamen Runde. Ich hätt' ja gesagt, zum Reinkommen und dann ist Krieg. Achso. So willst du's also. Dann mach's andersrum. Oder fang erst damit an. Yeah. Okay, das ist Schwachsinn. Okay, dann verlieren wir erst mal gegen Kommen und machen dann Krieg gegeneinander. Alles klar. Ich bin da völlig flexibel. Oder doch so. Ich hab' ja entspricht deinem Wunsch. Das ist lieb von dir. So bin ich. Äh. Scheißhaft. Das ist mir mal so latte eigentlich. Ne, ist die Frage, willst du aggressiv? Willst du nicht aggressiv? Ich will's aggressiv. Gut, gut. Start. Start. Okay. Okay. Äh. Okay. Äh. Lass mal einen schönen Goalkeeper aussuchen. Aha. Geht's dir gar nicht weiter nach rechts? Oh. Geh nur, wenn beide nach rechts gehen. Dr. Wiley? Ja, darfst du wohl nicht? Darf man nicht? Okay. Dann halt nicht. Ich suche irgendwie... Wer ist denn schon schnell? 48 und 47. Das ist Crash? Wo bist du gerade? Das ist Gemini. Das ist Gemini. Gemini Kick? Keine Ahnung. Okay, vielleicht mach ich's einfach überhaupt nicht strategisch, sondern... Ich suche einfach meine Lieblings-Roward-Master aus. Okay, was ist eigentlich Diff? Also Kick ist die Schussstärke um das Tor zu nage, würde ich sagen. Tackle ist Ball abnehmen. Und was ist Diff? Ja. Ich weiß es nicht. Und wie sagt Cutman so einen heftigen Tackle und der Rest sieht auch nicht schlecht aus. Wow, davon nehme ich auch 4. Äh. Äh. Ja. Willst du nicht vielleicht Pharaoman nehmen? Die muss ich auf jeden Fall irgendwo reinnehmen. Der rennt zwar scheiße, aber... Ach du Kacke. Der Tackle wie es bekloppte. Der knackt und der Diff auch nicht schlecht. Und Diff, was auch mal Diff ist. Okay. Dann... Nein, wir machen die Aufstellung so, würde ich sagen, dass wir kein Vieh doppelt haben. Zumindest nicht in einer eigenen Mannschaft. Was hättest du davon? In der eigenen Mannschaft hätte ich das auch nicht gemacht. Von mir aus auch... Äh... Untereinander nicht. Sprich, wenn ich jetzt Cutman nehme, dann bist du nicht Cutman. Oh. Okay. Dann darfst du, du bist ja Pharaoman, du bist Pharaoman-Fan. Okay. Dann darfst du Pharaoman behalten. Hier, Popo. Dann möchte ich auch... Das ist richtig scheiße. Und ich wollte gerade sagen, den will ich haben, den will ich dann noch nicht haben. Ich nehme aber Cutman dann. So. Ich habe mich für Cutman. Ich glaube, du kannst das nicht einzeln machen. Kann das sein? Nein, du musst eine... Eine Liege ist das. Ja. Na toll. Ich war aber noch nicht fertig. Gut, du hast dich für Cutman entschieden. Ich habe mich für Cutman entschieden. Oh, ich darf auch 5 nehmen. Nicht nur 4. Was ist denn nun Sweeper? Das ist immer noch ein Sweeper rumlaufen. Ja, ich habe das Sweeper auch gewählt. Ich weiß aber nicht, was das ist. So, dann bin ich auch großer Fan von... Wer ist denn schon ausgeglichen hier? Warum gibt es hier keinen Metal Man? Der ist auch geliehen, oder? Oder? Wer ist Snake Man? Ich habe einen Snake in die Abwehr. Okay. Ich äh... Jetzt will ich halt mal nicht. Okay. Wie ist mit Needle Man? Needle Man ist auch für den Arsch. Ich finde es geil, wenn er eigentlich cool, aber das ist auch nicht. Ist der besser als Schnee? Besser als Schnee? Ich glaube, das ist ein bisschen schlechter. Ich wollte eigentlich auch Elec Man nehmen, aber der ist auch schwach wie Sau. Ach, weißt du was? Oh. Ich glaube, ich nehme Wood Man. Für was? Den müsste ich dann in die... Den Tackle, gut. Ich glaube, dann in die Defense. Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich dachte mir, so ist der nicht zu langsam. Ansonsten ist der auch geil eigentlich. Du willst ja auch Pharao Man nehmen, ne? Ne, Pharao Man nehmen, ne? Okay, ne, dann packe ich Wood Man gleich in die Defense. Ich habe hier wen genommen, wer ist das? Needle Man? Und nämlich Sky Man ist auch scheiße. Ich nehme jetzt Sky Man und in die Defense klopp ich jetzt Wood Man. So. Ach, ich wollte doch eigentlich... Okay, ne, Pharao möchte ich in der Defense haben. Hast du als Keeper Protoman genommen? Ich habe als Keeper das da genommen. Das ist Protoman. Kennst du dich nicht aus? Nicht so. Ich weiß noch nicht was. Was ist das? Was ist das denn? Ist das Elek? Das ist Elek Man. Was ist denn der Punk hier? Das ist Bomb Man. Wo war der denn? Bomb Man? Ja. Mega Man 1. Oh. Ich hätte gerne Guts Man im Tor. Fahrer Rob, ich weiß auch nicht, wenn's haben. Das ist gar nicht weiter aus. Ich bin jetzt bei GK. Achso, ich bin der Gold Keeper. ins Goal. Ich glaube, ich packe einfach Mega Man ins Tor. Ganz klassisch. Echt? Ja. Hast du Protoman im Tor? Mega Man im Tor. Okay. Und dann sweepen wir... Die Kick musst du gar nicht gucken. Die sind alle bei 60 bis 64, ne? Oh. Das war total doof. Das fällt mir gerade auf. Ich suche nämlich jemanden mit einem schönen Kick für den Sturm, aber so. Ups. Dann ist es mir, dann ist es mir sogar noch egaler. Fass gar nicht. Ist Wheaton bei mir? Ich möchte immer noch gerne wissen, was Diffel. Defense oder so? Warum auch immer so abgekürzt? Die Defense? Falsch aus dem japanischen übersetzt? Jaaaa. Da packe ich jetzt noch Airmen rein. So, und dann habe ich meine 5. Hm. Ich bin durchschnittlich zufrieden. Mal gucken, was passiert. Macht vielleicht sowieso keinen Unterschied. Ich möchte einen Flotten haben, der aber auch bei den anderen Kram nicht so doof ist. Wie ist denn dein Kuss vorne? Cutman habe ich. Ja, einfach nur gucken, wie der ist. Ach so. Ja, mittelmäßig. Ach, sie nehme ich einfach den. Wer hast du? Snakeman? Ne, dann drüber mal nicht. Was ist das? Das ist Fireman. Okay, bist du soweit? Ich bin soweit. Ach so, ich habe mich entschieden für? Im Sturm für? Fireman. Ja, dann habe ich einen Mittelfeld Snake. Dann habe ich Pharao in der Verteidigung und Proto im Tor. Das sieht bei mir ähnlich aus. Überhaupt nicht. Ja. Ich habe vorne im Sturm Cutman. Dann habe ich im, was ist ein HF, was hast du gesagt? Ist egal. Mittelfeld. Mittelfeld soll das sein? Haarfield, keine Ahnung. Okay. Da habe ich Skullman. In der Defense steckt Wootman. Im Tor habe ich Megaman gestellt. Und als Sweeper, was auch immer das ist, Airman. Okay. Ist Sweeper so eine Art Libero oder so? Kann sein. Was ist denn jetzt noch los hier? Status? Ja, Status ist gut. Was hast du da gedrückt? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich bin nach unten gegangen. Hast du nicht gehandicapt? Super gut nach oben gestellt oder was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was ist denn jetzt los? Ach, an welcher Stachverkämpfer? Wen haben wir nicht genommen? Was ist das? Anker Field? Wer ist denn Anker? Anker ist ein Megaman Killer aus Megaman 1 für den Gameboy. Okay. Welches Field nehmen wir? Nehmen wir einfach Anker. Okay. Kick off. Ich denke, ich habe die Tasten vergessen. R, Y, B, A. Y ist A. Das war schon so. Was passt? Ist alles? Ach so, das sollte ein Pass wahrscheinlich gehen werden. War ein Megaman von dir? Ist das ein Tor? Habe ich auch gedacht. So, um einer? Ja, an Skyman. Ne, ist meiner hier. Ah, ah, ah. Ja, ne, ich wollte nach oben passen. Ne, ist auch gut. Wieso ist? Ach so. Los, Woodman. Klingt die Scheiße da vorne sehr gut. Ist da jemand? Vielleicht. Ja, Snakeman ist da. In Rot. Ja. Dann kommst du was. Kommst du was? Da kommt die Schere. Bäm! Was? Bäm! Das weißt du nicht ernst. Sehr gut, Airman. Das ist für nicht Gate-Sweeper? Das ist Airman nicht mein Sweeper? Air Sweeper? Der Air Sweeper. Pass! Oh, das war gut. Okay, hier nach vorne. Ja. Sehr gut. Und jetzt rein damit! Pass an, das ist noch ein Wuscht. Rein damit! Das ist nicht okay. Ne, ich mit mir vorgehen. Ich krieg Durchfall. Klassiker. Ja. Wo seid ihr denn alle? Skyman, hol ihn dir. Komm schon, komm schon. Megaman, hol ihn dir. Woodman, hol ihn dir. Das war der Flammschuss übrigens. Von Flamen? Von Flamen. Ne, Fireman meine ich. Ja. Von Fireflame. Schweinerei. Okay, Cutman. Pass zu Cutman. Sehr gut. Das war nicht Cutman und es war kein Pass. Was ist los mit dir? Ypsilon ist doch Pass oder nicht, ne? Ich hab auch vor mit Ypsilon angeschossen, aber frag nicht. Hm. Sehr gut. Und jetzt nimm den Ball und schieß ihn weg. Mist. Sehr gut. Ja, Cut nach vorne, nach vorne. Kommt die Schlingelschlange. Was war das denn? Schnapp ihn dir? Okay, okay, okay. Nein, nicht okay. So nicht Freundchen. So nicht Freundchen. Da hab ich gesagt. Los, pass nach vorne. Ja, das brauchst du gar nicht. Die passt, wenn du keinen Ball hast. Oh! Megaman, Megaman. Wo seid ihr denn? Wie suchst du das so schnell? Nein. Cutman! Du könntest mein Held sein. Tu was. Zerschnack den Ball. Dann die war nach oben passen. Ein Stückchen nach vorne. Ne, nach vorne ist nie gut. Vorne ist super. Das ist alles super. Wo ist der? Oh mein Gott. Bam. Skyman holst ihn dir, super. Mhm. Okay, ähm. Mhm. Passen? Ja. Du musst meine Verteidigung da. Was? Zerschnippelt! Du bist doch verarschend! Das verbringst mein Superschuss. Den fand ich super. Zerschnippelt. Wow. Cutman ist gut. Ach. So Skyman. Tu was. Sehr gut. Köpft mal die Luft. Mann! Hast du einen Cut? Na ja, vielleicht. Oh, wo will ich denn hin? Ist da einer? Ja, hallo. Und nicht, nicht, nicht kicken. Das kann unser Pharao. Megaman, was machst du da? Du bist doch Gatekeeper, dachte ich. Oder Goalkeeper, nicht Gatekeeper. Alles. Schlüsselwächter. Der Torwächter. Was war das für ein knackter Pass? Passt zur Karte. Sehr gut. Wieso ist eigentlich mal der ganze Affe auch vorne? Ja, der ist kein Arsch von mir. Die angezeigt. Ach so, guten Tag. Tschö. Nein, 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 nein. Oh nein, wo war mein Superschuss? Ja. Snake, wo willst du hin? Du bist das Mittelfeld. Gott ist der doof. Guck mal hinten. Guck mal hinten, guck ein Käfchen. Der, der, der. Woodman. Sehr gut. Sönt den dekken Hasen. Nee, Woodman ist empfindlicher Feuer. Das macht er nicht. Ach nein. Doch. Das ist ja fantastisch. Man konnte so gut können, sowohl meine Fahrer um Minden als auch meine Scheier. Ach man, der wechselt immer so doof. Oh, das ist ein beschissener Schuss. Der war wirklich blöd. Sowohl meine Karte als meine Feier. Erfahre und Feiermänner. Der Fahrer ist ja auch. Vorher. Oh, super. Na. Oh, super. Ja, doch mal aus. Ach, hier ist die E-Bahn der Scheiße. Entschuldigung, dann nehme ich noch. What man, du was mit? Erman, warum stehst du da überhaupt? Erman? Erman. Der passt so. Nun passen wir mal auf. Na. Protoman ist blau. Warum ist er nicht vorbeigeschossen? Hitze. Uh. Skyman. Mmh. Du. 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 Es ist da einer? Vielleicht? Ja, nein. Ankreuzen? Hoi? Sehr gut. Und jetzt... Okay. Erman, du rennst jetzt einfach raus. Ich verstehe. Das Wiedmar steht im Tor. Ich verstehe. Das ist ein zusätzlicher Typ, der im Tor steht. Das ist aber ein Abwehrspieler eigentlich. Kann das sein? Was ist das denn für eine komische Idee? Interessant halt. Hutag. Nein, nein, nein. Oh, ich habe A gedrückt. Was ist denn A? Oh, alles klar. Nein. Wieso tut mir schwer denn da baum Cool? Was mache ich denn da noch was? falsch haben hier bis zu besuch der legenda rechte meine bei mir ist der linke jetzt auch ja ich presse jetzt auch ein bisschen heftiger auf den weg weil ich auch dass die peter so kann man sagen junge macht doch einfach fahrer auf die kutte geschichte ist man hier schnee wo sie meine spieler ist noch einer da in der kaffeepause wo ich mein feuer mit dem sehr gut das schießt nach vorne sehr gut geklärt nicht richtig weil ich da den spiel weg was ich ein schuss mehr auch nicht also zwei schuss insgesamt kann das sein das schon so was die optionen wo echt toll dann habe ich meine zweite auch schon verbraten das doch gut nee dann meint das was abseits nicht so was noch so jetzt hast du mir okay ja ob war es dann ist sie nicht mit oja guter passt der war toll wo seid ihr da kommt schon gut man dann halt nicht wo ist mein megaman jetzt sind ich habe nach unten gedrückt wieso schießt er dann auf den drauf man ist der beruf und weiter geköpft zu snack ja gut man redet einfach weg bald probier oder was hier muss noch mal rein in der kinder holst du wohl mein sweeper nicht glaube ich nicht zu gehen nach oben noch nicht auf ihn drauf du dummer 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 kommen ja rennt doch mal jemand hin nein hast du noch spieler nee wieso kannst du ihn fest ist doch gar nicht dann hier gewesen man schieben die möchte ich auch haben ja ich habe den holen wir uns jetzt den holen wir uns jetzt ja gut ja ja ordnung wechseln nicht schlechterheit heere das nervt nein wo geht so haken gas ist einer vorne ist doch noch einer vorne das war ja schnapp in der skype noch so die aufstellung erinnern ich glaube ihm auch sonst wie bei der hält ja alles wenn es nicht brennt ja was passiert wenn ich jetzt super nicht nehme dass wir auch interessieren dann mache ich das mal aus ach was doch nicht stärkeres mittelfeld ich will schon dreiein abwehr habe ich von 312 ganz gut bleib dabei sagt bescheiden ruhig start start macht 32 aber gern möchte noch was statusen mega wenn es mit hut man in die abwehr gekommen bin ich was statusen kann es auch irgendwie individuell und tauschen jetzt ja ja bringt es mir gut mehr nach vorne zu packen ich will was zum hänkern durch das weiß ich wieso habe ich bei mir sowieso grundsätzlich jetzt ein bisschen was vertauscht dann ist es mir auch egal dann mixe ich jetzt bunt durch hol die raus so das habe ich auch doch ich habe noch zwei verschiedenen auf einer auf der gleichen position so jetzt habe ich auf jeder position wen anders hast du deinen ärmel jetzt meine abwehr gestellt ok ja gut mein tor tors weeper ist jetzt draußen das wird jetzt spannend ja gut so soll das eigentlich passen aber ich weiß nicht was mein mittelfeld meinen die fans oder mein angriff sieht man war das jetzt mal neuer snake angriffsmill es soll weg gehen warum haltet ihn auf war er gedrückt die das pro halbzeit zwei super schuss bämsen fallrück wieder zurück unglaublich nach vorne einfach nach vorne bämsen das andere ist da einer ist da einer gott muss der ganz angewackelt kommen von da sehr gut sehr gut er die wer so gut man wie hast du noch mal aus kevin hier machst du da noch kommentiert raus dann natürlich an das will ich nicht hallo ich war da ich hatte einen steig mit der karte auch nicht richtig durch das nervt mich komplett ich habe auch mal sehr guter schuss wo man wenn der reingehörig wäre das wäre schön das wäre traurig gewesen bei der schuss stärke ich glaube man vorne ist nicht so gut hallo ist jemand da spielt jemand mit seite dabei das idee gut dann warte ich bis da 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 bist du da bist da warte ich genau das ist doch eh nicht der spezialschluss ist nicht mehr hast du nur zwei mal zum spiel ist das bescheuert hätten wir mehr stellen soll noch fünf oder so na gut was soll's nein also ja manueller wechsel der spieler lieber gewesen als die scheiße so jetzt katman katman regeln wo ist dann einer von mir so habe ich den abworn gewinnen haben wir auch keine chance das feuer das sehen wir noch was bist du denn für ein megaman welche fähigkeit eigentlich gerade drin in der gelbe ist oder ok ja was könnte er sein irgendwas strommäßig ist endlich mäßig elec ist so so gelb-schwarz also als bine maier und mehr dann in gewisser hinsicht ja ja sehr gut nehmen auch mit gut 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 hier nach oben zu erinnern da kommt einer hier machen wir zu ja 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 nach vorne vielleicht ja doch auf ja denk mal weiter dass du mich hast das gut ok ja ja auf dem haufen stehen ist doch voll bullmüll das sind schon nahmarschig windmänner er ist super er schnappt sich den ball und dann wechselt er beide unsere charaktere das ist so behindert dieses spieler echt besondere bedürfnisse alle stehen auf dem haufen hey wo habe ich denn gesagt drei vorne und überhaupt wenn alle hier treffen auch ja und der nächste gut man er war der war gefährlich lebensgefährlich soviel gefühlt welches ist das noch mal irgendwas mit blümchen ich wurde im strafraum gefault hallo schiri ja so ein strauch oder darf ich das und die fußball gespielt ist dann auch ein anderer von lauf lauf was das zeug hält irgendwas an ok nein ich habe jetzt ist es wieder was zum ab ins publikum spielte mit das wollte ich mal sehen ok habe ich ein wurf das ein schuss ich habe ein schuss ok großartig und jetzt gefährlich katman stadt echt gut hast du bloß nicht verwandelt man könnte meiner wenn du ein spieler auf dem feld ja n es konnte nicht so viel n es ist es so stimmt 1 weiter die heulen ist die vom feld schämlich schämlich oder dusche es ist schon genau zu haben oder scheiße der schon gut war einer vielleicht wo wir zu händen laufen die andere strunzeln dumm auch als kommt schon wenn ich jetzt hier wird man sehr gut wo es leiden kann aber das auch schon auf und geht dann lieber weg davon gut mit das leider doch gefälligste auf statt zu springen und mutterbirne und mutterwien da muss ich irgendwas drücken der glaubt nicht lohnt mich auch mal ich habe ich vielleicht jetzt sind weiter verwandeln du wirst du verraten ok 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 überraschung überraschung überhaupt ein das kannst du vergessen nicht nach oben schießen oder unten schießen das ist weil macht irgendwie das was er will ja nicht nur minimalen die ganze das nervt total damit kannst du auch spielen ich wollte gerade schießen nicht das reingang wer aber machen können dann lass mich doch grätsch mich doch nicht weg tschuldigung wenn du es auch nicht so die auch nicht leidig habe ich da auch noch irgendetwas stehen guck mal auch noch einer mit mir okay jetzt meine machen wir wussten die dinge verdammt weit nach vorne fand ich ist da ist da wen war oben blinkt die ganze zeit immer noch ja genau auch nicht eine irre oh ja kommt gegen rhein ja verdientes tor danke du kannst sie doch leisten das ist doch kein zeitspiel kinder da kommt man wurde ihn weg wo ding wo die ihnen weg und mein mutter von mir sagt das super geschnitten katman ja das ging doch noch oder habe ich da ein habe ich da ein wo man das ankommt und da habe ich ein nach vorne nach hinten wir schaffen noch ein sehr gut da kann ich die kontrolle aus der hand legen oder was hier kommt es nicht doch mal nicht mehr weil man nach vorne passen allein dass irgendein chili da pfeifen würde ich finde das spiel unglaublich mittelmäßig grafisch nicht anspruchsvoll mucke wüsste ich gerade nicht war das das immer man team ankerman hat kein eigenes film ist ein ankerman nicht moderator schreibt sich anders naja er heißt auch nur anchor ach so tatsächlich okay gut ja ich finde es ist ein äußerst mittelmäßiges spiel ja mittelmäßig trifft das es ist nicht langweilig aber es hat auch einfach nichts besonderes außer megaman charaktere und die finde ich grafisch eigentlich gar nicht so schlecht das stimmt aber die das fällt sehr langweilig aus ja und ich glaube nur wenn du megaman magst spielst du das überhaupt weil ansonsten gibt es wesentlich bessere fußballspiele das ist richtig denn das hier könnte ich nicht ein paar matches am stück zocken was ich früher mit hier nintendo world cup gemacht hat zum beispiel aber das könnte ich nicht lange ertragen das einzige spannende ist wirklich megaman und das finde ich eigentlich ganz cool aber da hat es auch schon auf ich danke dir fürs spielen euch fürs zusehen und sag bis neulich ich danke dir auch und ich sag tschüss luche möchtest du überhaupt noch eine runde gegen computer oder reicht dir das eine runde gegen pc mache ich wohl noch pc den computer meine ich aber gern was man sich gerade nach dieser anstellenden schlacht wobei der uns wahrscheinlich gleich über den haufen rennt möglich von WASIP proposing book d es sich die man